Nehmen wir mal an, ihr könnt jetzt wirklich 500 Euro im Monat sparen, dann habt ihr halt natürlich klar nach einem Jahr 6000 Euro. Und wie gesagt, 500 Euro mal 12, wie gesagt, ich denke aber das könnte jeder von euch im Kopf rechnen. Wenn ihr das Ganze jetzt mal überlegt, über 10, 20, 30 Jahre kommt da halt schon eine ganz schöne Summe zusammen. Auch viele Leute, die sagen, okay, ich kann nicht besonders viel sparen, vielleicht kann ich gerade mal 200 Euro oder 300 Euro im Monat sparen. Man merkt natürlich schon, wenn ich das jetzt mal 12 rechne hier und dann, sagen wir mal, über 10, 15 Jahre spart ihr das, dann wird es doch irgendwann schon eine beachtliche Summe werden. Jetzt 54.000 Euro ist auch schon mal eine gute Summe, die man sparen kann, nicht unbedingt um komplett in Rente gehen zu können, aber natürlich um nochmal vielleicht während der Rente ein bisschen mehr extra Geld zu bekommen. Das heißt, es muss nicht unbedingt das Ziel sein, als Frugalist sofort in Rente zu gehen oder hier mit irgendwelchen horrenden Summen in 10 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich denke, es ist aber eine ganz gute Sache, wenn du halt zumindest ein bisschen Geld sparst und dir sagst, okay, dann wenn ich in 15 Jahren Rente gehe, wenn ich in 20, 30, 40 Jahren Rente gehe, wenn du ein bisschen jünger bist, dass du dann zumindest, sagen wir mal, 50.000, 100.000, 150.000 hast, das ist eine ziemlich gute Summe. Und man darf nicht vergessen, und das ist der wirklich wichtige Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, wenn du halt nicht besonders viel sparen kannst und du sagst dir, okay, ich werde höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland weiter leben können, es gibt vielleicht sogar einen anderen Ort, wo ich gerne hin möchte, dann mach das doch vielleicht. Gehen wir einfach nochmal kurz in den Rechner folgende Summe ein. Nehmen wir mal an, du verdienst im Jahr nur, sagen wir mal, 12.000 Euro netto. Das heißt, du machst gerade mal 1.000 Euro im Monat netto. Ich glaube, es gibt viele Leute, die tatsächlich, ja, so viel nur verdienen oder zum Beispiel auch gerade, sagen wir mal, jemand, der als Friseur arbeitet oder was auch immer, da ist einfach, da bleibt nicht besonders viel am Ende übrig. Sagen wir mal, 1.000 Euro netto hast du, dann deine Ausgaben liegen, sagen wir mal, bei 10.000 Euro pro Jahr oder vielleicht ein bisschen weniger, sagen wir mal 9.000 Euro pro Jahr. Ich weiß, das ist alles ganz schön knapp jetzt hier konzipiert und dann würdest du halt 3.000 Euro pro Jahr sparen, dann eine Sparkote läge also bei 25% und du könntest in 31 Jahren in Rente gehen. Das geht aber auch wieder nur von der Prämisse aus, dass du 9.000 Euro pro Jahr ausgibst. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du gehst jetzt in ein Land, wo du weit weniger ausgibst. Sagen wir mal, in solche Länder wie Thailand oder du gehst irgendwo nach Asien, nach Südamerika, wo auch immer, da reicht auch eine weit geringere Sparkote. Nehmen wir mal an, du verdienst 12.000 Euro pro Jahr, dann 11.000 Euro hast du Ausgaben, das heißt gerade mal 1.000 Euro kannst du im Jahr sparen. In 55 Jahren hättest du dann die Summe von 11.000 Durchzinsen jedes Jahr raus, das wäre nicht besonders viel. Aber nehmen wir an, du kannst jetzt so 1.000 Euro pro Jahr sparen und du würdest das vielleicht für, sagen wir mal, 25 Jahre sparen können, würdest du also schlussendlich bei 25.000 Euro liegen. 25.000 Euro hättest du gespart, wenn man das nun zum Beispiel in so etwas wie einen Zinsrechner eingibt, können wir ja mal schauen, was da ungefähr rauskommt. Wir gehen es davon aus, dass du auch in einem Land lebst, wo du keine Kapitalsteuer zahlst, beziehungsweise wo du zumindest relativ wenig Kapitalsteuer zahlst. und sagen wir mal, du hast ein Investment mit 5% per annull Zinsen, du kriegst natürlich jetzt nicht irre viel raus, aber schon nach einigen Jahren wirst du dann nochmal vielleicht 100, 200 Euro im Monat extra raus haben. Das will jetzt nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber du kannst zumindest davon schon mal noch ein paar extra Sachen bezahlen. Nehmen wir mal an, du lebst jetzt in solchen Ländern, wie gesagt wie Thailand oder wo auch immer, wo es vielleicht nicht besonders teuer ist zu leben, oder zum Beispiel, ja, Kambodscha, Laos, ich möchte jetzt nicht, dass du komplett unter deinem Standard lebst, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich würde gerne in Rente gehen an einem schönen Ort mit Sandstränden und so weiter und so fort, wo immer die Sonne scheint und ich möchte nicht im dunklen, grauen Deutschland, wo bis dahin wahrscheinlich die Altersarmut noch viel, viel schlimmer geworden ist, als sie jetzt derzeit ist, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so dumm, in Länder zu gehen, die schön sind, die eine relativ geringe Kriminalitätsrate haben. Da ist jetzt mal Thailand ausgenommen, ich glaube, Thailand hat eine relativ hohe Kriminalitätsrate, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Also, wie gesagt, einfach in ein Land gehen, wo du sagst, es ist schön, da würde ich gerne hingehen und da brauche ich vielleicht nicht besonders viel Geld jedes Jahr, um dort anständig leben zu können. Zum Beispiel, ich persönlich bin jedes Jahr oft, oder nicht oft, aber bin halt jedes Jahr eigentlich in China, dort zum Beispiel beträgt das Jahreseinkommen gerade mal 7629 Euro, ich weiß ganz genau, dass ich zum Beispiel mit dem Tausender im Monat sehr, sehr gut leben kann. Und nehmen wir mal an, du kriegst zumindest durch Zinsen nochmal 200, 300 Euro Mord rein, hast vielleicht nochmal ein kleines Unternehmen, kleinen Job oder was auch immer, den du dort drüben annimmst oder beziehungsweise den du, oder ein Unternehmen, das dir halt schon mal nochmal 500 Euro Mord macht oder 700 Euro oder was auch immer, dann kannst du auch mit den paar Euro, die du gespart hast, zumindest schon mal einen Teil von dem übernehmen, was sich das Leben dort drüben kosten würde. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr, sehr theoretisch und viele von euch werden sagen, ach, das ist aber nichts für mich. Ich glaube, für jede Person, die jetzt noch jung ist und die sagt, ich denke noch gar nicht über das Renteneintrittsalter nach, ich denke, viele Leute werden hier auch gerade in Deutschland noch weit über 70 arbeiten müssen. Jetzt haben wir es ja so, ich glaube, das Renteneintrittsalter liegt bei 67, 69, irgendwie sowas. Ich kann mir gut vorstellen, dass bis ich alt bin, sagen wir mal 50 Jahre oder was auch immer, dass das Eintrittsalter sicherlich noch ein paar Jahre nach oben gelegt wird. Also zum Beispiel 72, 75, kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Und dann zu sagen, okay, ich empfliehe dem Ganzen, ich möchte irgendwo hin, wo es vielleicht günstiger ist, wo ich günstiger leben kann, ich denke, das ist etwas sehr Nobles. Und wenn du da ein bisschen Geld sparen kannst und dir sagst, okay, ich kann vielleicht zumindest ein Tausender pro Jahr sparen, dann hast du zumindest nochmal einen ganz, ganz kleinen Puffer, der dir nochmal ein bisschen Geld einbringt, wo du vielleicht nochmal 200, 300 Euro während deiner Rente hinzubekommst. Ich weiß, das ist für viele Leute jetzt viel zu wenig Geld, für andere Leute sind 200, 300 Euro viel Geld im Monat. Ich wollte, wie gesagt, nur einfach mal kurz diese Informationen euch nochmal geben. Ich finde es grundsätzlich immer spannend, einfach mal zu schauen, wie viel Geld denn tatsächlich du ausgeben musst in bestimmten Ländern, beziehungsweise wie teuer das Leben in bestimmten Ländern ist. Sagen wir mal, wir geben zum Beispiel solche Städte ein wie Chiang Mai, also in Thailand. Ich weiß, ich spreche das immer inkorrekt aus, Chiang Mai, Chiang Mai, ich kann das nicht aussprechen, wie auch immer. Und wir geben das Ganze jetzt mal hier zum Beispiel einen Euro ein. Da können wir mal schauen, wie viel zum Beispiel eine Wohnung dort kostet. Und ich sehe es übrigens ganz oft jetzt gerade in der letzten Zeit, weil ich mit älteren Leuten wegen meiner Oma ein bisschen zu tun habe. Ich sehe halt ganz oft, dass viele ältere Leute sich einfach sagen, ich will nicht in Deutschland sein. Warum soll ich in Deutschland sein? Die Mieten steigen bis zum Gehtnichtmehr, ich habe kein Geld und es ist nicht warm, es ist nicht schön, es tut mir nicht gut, ich würde gerne lieber einen Strand irgendwo. Dann ist es vielleicht gar nicht mal so dumm, in solche Länder wie zum Beispiel Thailand zu gehen oder wo auch immer, zumindest für ein paar Monate im Jahr. Und wir sehen natürlich hier auch wieder, die Preise in solchen Ländern sind extrem günstig. Wir können ja zum Beispiel mal schauen, wie viel Geld man tatsächlich für eine Wohnung ausgibt in so einem Ort. Zum Beispiel hier sehen wir, okay, ein Apartment kostet im City Center 300 Dollar ungefähr, 300 Euro. Das ist jetzt sehr, sehr günstig tatsächlich, wenn man es mit Deutschland mal vergleicht. Und da hast du zumindest durch deine Investments vielleicht das Apartment raus. Wenn du günstig lebst, kannst du sicherlich auch in Thailand für 600, 700 Euro Mord leben. Ich weiß, du brauchst eine Auslandsversicherung und so weiter und so fort. Das kommt noch hinzu. Aber schlussendlich hast du dennoch die Möglichkeit, einen relativ günstigen Lebensstil zu leben, der natürlich weit günstiger ist als der in Deutschland, obwohl er vom Standard vielleicht relativ ähnlich ist. Weil man darf nicht vergessen, und ich weiß, viele von euch, die jetzt vielleicht noch nicht in Rente gegangen sind und die keinen persönlichen Kontakt zu solchen Leuten haben, ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Bloß, was ich auch immer wieder hier mitkriege, auch gerade weil ich viele Leute in Coachings habe, ist Folgendes. Es gibt extrem viele Leute, die Angst vor Altersarmut haben. Und zum Beispiel, ich sage mir halt immer auch, wenn man Geld sparen kann, sollte man Geld sparen. Und vielleicht das sinnvoll zu investieren und vielleicht die Sparrate auch mal ein bisschen zu erhöhen, auf 1.500 Euro im Jahr oder 2.000 Euro oder 5.000 Euro oder was auch immer. Im Long Term macht das echt einen Unterschied, ob du nun 1.500 Euro sparst im Jahr oder 1.000 Euro. Grundsätzlich ist das eine sehr, sehr, sehr geringe Summe. Alles drunter würde ich grundsätzlich nicht sparen und eher ausgeben. Aber wenn du halt merkst, okay, ich kann meine Sparquote erhöhen jedes Jahr und kann die vielleicht hochsetzen auf 10%, auf 20%, auf 25% und so weiter und so fort, dann wirst du halt im Long Term einfach viel mehr Geld haben. Und vor allen Dingen wirst du auch, wenn du älter bist, jeden Monat mehr Geld reinbekommen. Ich wollte einfach nur mal kurz meine Meinung zu diesem Thema abgeben. Frugalismus finde ich persönlich sehr interessant, auch wenn ich mich nicht als Frugalist bezeichnen würde. Ich denke, es ist eine Lebensweise, die für viele Leute gigantische Chancen eröffnet, die aber zu wenig Leute bisher wahrnehmen. Und ich kann dir grundsätzlich nur den Tipp geben, probiere einfach mal diesen Rechner aus. Teste da mal ein bisschen rum, schau dir mal an, wie viel Geld du tatsächlich bräuchtest. Es richtet sich natürlich immer danach, wie viel Geld du im Monat ausgibst. Es ist auch übrigens nicht dumm, hier einfach mal zu schauen, wie viel Geld man ungefähr ausgeben würde. Wenn man im Ausland leben würde, das heißt, man gibt dann zum Beispiel einen, sagen wir mal, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, kommt natürlich darauf an, wo du leben möchtest. Und daran zu berechnen, wie viel Geld du sparen solltest, ist meines Erachtens eine gute Sache. Heißt, spiele damit einfach mal ein bisschen rum. Zum Beispiel nehmen wir an, du machst jetzt 40.000 pro Jahr netto. Ich weiß, das ist ziemlich viel, viel, viel Leute. Und deine Ausgaben liegen vielleicht bei 20.000 pro Jahr. Dann kannst du dir einfach mal schauen, wie lange es dauern würde. Du siehst, man würde halt hier 20.000 pro Jahr sparen. Du könntest schon in 16 Jahren ungefähr in Rente gehen. Natürlich ausgehend davon, dass du jetzt keine Kinder haben wirst oder vielleicht nicht irgendwie eine Frau haben wirst oder was auch immer. Wenn du eine Frau haben möchtest oder einen Mann haben möchtest, wenn du Kinder haben möchtest, dann, wie gesagt, sollte man hier nochmal ein bisschen rumspielen. Beziehungsweise muss man das Ganze einfach mal zwei, drei oder was auch immer nehmen. Wenn ich jetzt die Kinder berechnen sollte, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer werden. Gerade natürlich bei den Ausgaben bei Kindern weiß man nie, sind das, wenn die Kinder sehr groß und wachsen sehr, sehr lange, ist es vielleicht so, dass die irgendwas Bestimmtes haben möchten und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit Kindern nicht aus. Aber da, wie gesagt, müsstest du vielleicht nochmal die Berechnungsgrundlage ein bisschen abändern. Sonst, denke ich mal, ist das ein wirklich interessantes Tool, wo du mir einfach mal nachschauen kannst, wie lange du bräuchtest, um in Rente gehen zu können. Und sonst kann ich dir natürlich auch nur nochmal die Plattform Numbeo empfehlen. Schau einfach mal nach, wie viel Geld du denn tatsächlich an deinem Traumort ausgeben müsstest. Trage das hier dann in den Rechner ein und berechne es einfach mal durch. Sonst kann ich natürlich auch nochmal empfehlen, diese Plattform hier anzuschauen, nämlich länderdaten.info, um einfach nochmal einen groben Überblick darüber zu bekommen, wie viel Geld denn eigentlich Leute im Durchschnitt pro Jahr wo verdienen. Natürlich sollte man nicht diesen Durchschnittslohn als etwas Gutes ansehen. Zum Beispiel kann ich natürlich auch den Durchschnittslohn irgendwie in, ja, Guinea oder zum Beispiel Elfenbeinküste, Sierra Leone oder wo auch immer nehmen. Und natürlich sind die Leute dort arm. Heißt, du solltest jetzt nicht unbedingt sagen, okay, in Sierra Leone verdienen die Leute nur gerade mal 451 Euro im Jahr. So viel brauche ich ja auch nur da, um zu leben. Das ist vielleicht nicht so klug. Heißt also, überlege dir selbst, wie viel Geld möchtest du ausgeben. Schau deswegen halt einfach nur mal auf Numbeo. Wie viel Geld würdest du ungefähr im Monat ausgeben? Und das, wie gesagt, trag das ein und schau dann halt, wie lange du tatsächlich bräuchtest, um an diesem Ort zum Beispiel in Rente gehen zu können. Hier, wie gesagt, ist auch nochmal wichtig, die Krankenversicherung mit einzurechnen und nicht sich nur auf alle Daten auf Numbeo zu stützen. Aber gut, das war es dann fürs heutige Tutorial. Wenn du dir mit mir ein Coaching buchen möchtest, dann gehe gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Wenn du Fragen zum Thema Frugalismus hast oder wenn es darum geht, wie du mehr Geld online verdienen kannst, stehe ich jederzeit dir zur Verfügung. Schau, wie gesagt, einfach mal in die Videobeschreibung rein. Würde mich sehr, sehr freuen, dich in einem Coaching dabei zu haben. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast.